Pointer, oder in Deutsch auch Zeiger, sind Variablen, die Adressen von Speicherplätzen aus dem RAM speichern. Wenn man in die Programmiersprache C einsteigt, sind Pointer tatsächlich häufig ein etwas verwirrendes Thema, denn dass eine Variable einen Wert speichert, kann man sich noch gut vorstellen. Aber der Sinn, Adressen von anderen Variablen zu speichern, erschließt sich einem wirklich nicht intuitiv. Mit diesem Video möchte ich hierzu Licht ins Dunkel bringen und zunächst einmal die Grundlagen von Pointern, Dereferenzierung und Pointer-Arithmetik erklären. Dann werde ich hier auch zeigen, was Pointer mit Arrays zu tun haben und wie Pointer bei der Übergabe und Verarbeitung von Arrays eingesetzt werden. Ich will hier schon mal erwähnen, dass die Erklärung der Grundlagen zu Pointern häufig die Frage offen lassen, wozu man diese denn wirklich gebrauchen kann. Und daher werde ich in einem weiteren Video noch an einem einfachen Fallbeispiel eine ganze Reihe von Anwendungen von Pointern demonstrieren. Damit wir hier nicht gleich ins kalte Wasser zu den Pointern springen, beginnen wir mal wieder mit etwas, das wir kennen, nämlich dem Einlesen einer Benutzereingabe mit der Funktion scanf unter Strich s. Dabei haben wir bislang immer akzeptiert, dass man der Funktion als zweites Argument nicht die Variable, sondern deren Adresse übergeben muss und die Adresse zu einer Variable erhält man mit dem Adresseoperator und das ist dieses kaufmännische und. Jetzt wollen wir nicht wieder eine Eingabe einlesen, sondern wir schauen uns nun mal genauer an, was denn diese Adresse der Variablen iUserInput ist. Und dazu gebe ich diese einmal aus. Eine Adresse ist einfach nur eine Zahl, die einen Speicherplatz, typischerweise mit der Größe von 1 Byte. Weil es in einem Speicher aber eben ziemlich viele Speicherplätze gibt, sind die Adressen auch eine ziemlich große Zahl. Und die kann man mit dem Formatierungszeichen %p im Hexadezimalformat ausgeben. Hier sehen wir jetzt, dass die Variable mit dem Namen iUserInput im Speicher ab der Adresse 0055FD20 abgelegt ist. Und diese Adresse ist zufällig gewählt und, auch wenn dieser Speicherplatz nach Beendigung des Programms wieder freigeräumt wird, so wird doch bei jedem Start des Programms der Variablen eine andere Adresse zugeordnet. Hier sehen wir jetzt, dass die Adresse nach Neustart des Programms eben eine andere ist. Diese Speicherplätze werden vom Betriebssystem zugewiesen und das macht das Leben von Programmierern in den allermeisten Fällen echt leichter. Denn auch wenn wir uns diese Adresse nicht aussuchen können, können wir uns aber einfach darauf verlassen, dass dieser Speicherplatz zugewiesen wird und für die Dauer, die er gebraucht wird, also zum Beispiel die Programmlaufzeit, uns dann auch zur Verfügung steht. Okay, die aktuelle Situation im Speicher ist hier jetzt rechts mal schematisch als Tabelle dargestellt. Unter dieser Adresse hier ist der Wert 0 gespeichert, eben weil wir die Variable iUserInput mit dem Wert 0 hier initialisiert haben. Und genau so, wie wir in der Variable iUserInput den Wert 0 gespeichert haben, können wir die Adresse von iUserInput in einer anderen Variable vom Typ Pointer auf Integer speichern. Ein Pointer wird genau wie jede andere Variable auch deklariert und initialisiert. Bei der Deklaration sind jetzt zwei Sachen zu beachten. Erstens, Pointer sind in C typisiert. Das heißt, es muss der Datentyp angegeben werden, die die Variablen haben, deren Adresse dieser Pointer speichern kann. In diesem Fall haben wir hier einen Integer-Pointer. Man kann aber auch Pointer auf jeden anderen Datentypen, wie zum Beispiel Character, Float oder Double, deklarieren. Zweitens, um kenntlich zu machen, dass es sich bei der Variablen um einen Pointer handelt, wird dem Variablen-Namen ein Sternchen vorangestellt. Auch bei Pointer-Variablen ist es guter Stil, die Variable beim Deklarieren gleich zu initialisieren. Wenn man noch nicht so genau weiß, welche Adresse dieser Pointer denn speichern soll, wird typischerweise der Wert null zugewiesen. Einfach ausgedrückt bedeutet diese Zuweisung, dass der Pointer dann auf den Beginn des gesamten Speichers zeigt. Das ist zwar kein Speicherbereich, in dem man schreiben will und wahrscheinlich auch nicht darf, weil es durch das Betriebssystem verhindert wird. Aber diesen Wert kann man zumindest abfragen und gegebenenfalls auch auf Gleichheit prüfen. Okay, so jetzt kommen wir nochmal auf dieses Sternchen hier zu sprechen. Dieses Sternchen gehört zur Angabe des Datentyps des Pointers, denn dieser ist Integer-Sternchen. Und der Name der Pointer-Variablen ist hier PTR. Verständlicher wäre es also, die Pointer-Variable so zu deklarieren, wo also das Leerzeichen hinter dem Sternchen kommt, um Datentyp und Variablename klarer auseinanderzuhalten. Tatsächlich ist das auch möglich und ebenso möglich wäre es, vor und hinter dem Sternchen ein Leerzeichen einzufügen, was aber echt unüblich ist. Der Grund, warum man die Schreibweise, bei der das Sternchen dem Namen direkt vorangestellt ist, wohl am häufigsten sieht, ist, dass man in einer Zeile auch mehrere Pointer deklarieren kann. Und das macht man dann so. So, Pointer und Pointer 2 sind jetzt beides Integer-Pointer. Okay, der Variablen-Pointer wird hier in Zeile 9 ein Wert zugewiesen. Und diese Zuweisung sieht fast so aus, wie wir das bei anderen Variablen bisher auch kennengelernt haben. Mit der Ausnahme, dass dem Pointer ja eine Adresse zugewiesen werden soll. Und daher brauchen wir hier vor dem Variablen-Namen iUserInput noch den Adress-Operator, also hier dieses kaufmännische und. Und darunter gebe ich dann mit printf jeweils die Adresse und den Wert der Variablen iUserInput und Pointer, also kurz PTR aus. So, die Konsolenausgabe dieses Programms sehen wir jetzt hier. Diese Ausgabe ist prinzipiell wieder wie die vorherige Darstellung des Speichers aufgebaut, wobei dazu nur die rechten beiden Spalten gehören hier. So, hier sieht man jetzt, dass die Integer-Variable an der Speicherstelle 00AFFEB0 angelegt wurde und den Wert 0 hat. Die Pointer-Variable steht an einer anderen Adresse, die wird wiederum vom Betriebssystem zugewiesen. Und der Wert, den diese Variable speichert, ist jetzt die Adresse von iUserInput. Okay, jetzt haben wir verstanden, dass Pointer Adressen von anderen Variablen speichern, aber was kann man damit anfangen? Dazu möchte ich zunächst einmal eine Möglichkeit zeigen, über die Pointer-Variable ptr auf den Wert der Integer-Variablen iUserInput zuzugreifen. Und dazu ergänze ich den Programmcode noch um eine weitere Ausgabezeile in der Konsole. Bevor ich diese Zeilen kommentiere, führe ich das Programm zunächst einmal aus. Und hier in der Ausgabe sehen wir, dass die erste und die dritte Zeile bezogen auf die Angabe von Adresse und Wert identisch sind. Das Sternchen vor dem Namen der Pointer-Variablen ist der Dereferenzierungsoperator und damit ist die Verwirrung bei 10 Neulingen meistens schon komplett. Wir lassen uns hier jetzt aber nicht verwirren, sondern lösen das Ganze mal Schritt für Schritt auf. Wir starten dabei mit der zweiten Zeile, wo wir die Infos zum Pointer ptr finden, der als Wert die Adresse der Variablen iUserInput speichert. Bei einem Zeiger spricht man auch von einer Referenz, also zumindest einer sehr einfachen Form davon, denn über die gespeicherte Adresse besteht, wenn man so will, eine Beziehung zu der Variablen. Dereferenzierung bedeutet nun, dass über die gespeicherte Adresse wieder auf die Originalvariable zugegriffen wird. Und in C ist der Dereferenzierungsoperator, also der Operator, mit dem diese Dereferenzierung durchgeführt wird, das Sternchen. Und damit ist Sternchen-Pointer also ein Synonym für den Variablen-Namen iUserInput. Und ich werde gleich auch zeigen, dass man diese beiden Ausdrücke in gleicher Weise verwenden kann. So dass die Entwickler der Programmiersprache C für die Deklaration von Pointer-Variablen ein Sternchen vorgesehen haben und dasselbe Zeichen dann auch nochmal für die Dereferenzierung gewählt haben, ist nicht wirklich hilfreich für das Verständnis von Poitern. Denn Fakt ist, dass diese beiden Sternchen hier bei der Deklaration und bei der Dereferenzierung erstmal nichts miteinander zu tun haben, obwohl das im Quellcode natürlich gleich aussieht. Hier muss man sich einfach merken, dass das Sternchen bei der Deklaration eines Pointers zum Datentyp gehört und bei der Verwendung des Pointers ist das Sternchen die Dereferenzierung. So in Zeile 15 haben wir gerade gesehen, dass mit Sternchen-Pointer also der Wert der Variablen iUserInput ausgelesen werden kann, aber über die Dereferenzierung kann auch in die Variable iUserInput geschrieben werden. Mit dieser Ergänzung hier in Zeile 11 kriegen wir dann folgende Ausgabe. iUserInput hat jetzt also den Wert 123, der ihr über die Dereferenzierung dann zugewiesen wurde. So kommen wir als nächstes zum Thema Pointer-Arithmetik. Dabei geht es darum, dass auf Pointer Operatoren angewendet werden können. Diese sind hier unten dargestellt. Es sind also zum einen Vergleichsoperatoren und zum anderen Operatoren, mit denen man sozusagen durch den Speicher navigieren kann, indem man die Adressen erhöht oder verringert. Und wie man diese Operatoren anwendet und wie das Ergebnis jeweils zu interpretieren ist, demonstriere ich jetzt hier an mehreren einfachen Beispielen. Starten wir erstmal mit den Vergleichsoperatoren. Hier deklariere ich zwei Integer-Variablen, var1 und var2 und zwei Pointer, die auf ein Integer zeigen, nämlich Pointer1 und Pointer2, denen ich dann jeweils die Adresse der Integer-Variablen zuweise. Mit diesen Vergleichen hier untersuche ich dann die Reihenfolge, in der die Variablen im Speicher abgelegt sind. Und hier sehen wir, dass die Adresse der Variablen var1 größer ist, als die von var2, woraus folgt, dass var1 im Speicher hinter var2 steht. Das Ganze dreht sich um, wenn wir die Reihenfolge der Deklaration der Integer-Variablen vertauschen, dann erhalten wir diese Ausgabe hier. Also Speicheradressen sind ja Ganzzahlen und die Anwendung der Vergleichsoperatoren, also größer, größer gleich, kleiner, kleiner gleich, genau gleich und ungleich, funktioniert demnach genau wie bei normalen Integer-Zahlen. In dem Zusammenhang, in dem ich hier diese Vergleichsoperatoren angewendet habe, macht das in den meisten Fällen offengestanden überhaupt keinen Sinn, weil es egal ist, an welcher Adresse einzelne Variablen gespeichert sind. Ein Nutzen bringen diese Operatoren aber zum Beispiel beim Vergleich mit einem Nullzeiger oder beim Vergleich von Pointern, die auf verschiedene Positionen in einem Array zeigen. Dazu kommen wir später aber auch nochmal. Jetzt schauen wir uns an, was die Anwendung der Operatoren plus, minus, plus gleich, minus gleich und plus, plus sowie minus, minus bewirken. Und dazu inkrementiere ich die Adresse, die pointer1 speichert, hier in einer Vorschleife, um den Wert 1 und gebe dann das Ergebnis formatiert als Hex und als Ganzzahl aus. In der Ausgabe zu diesem Programm können wir jetzt bei der Formatierung als Ganzzahl sehen, dass der Wert der Adresse mit dem plus, plus Operator nicht um 1, sondern um 4 erhöht wird. Um diese Ausgabe richtig interpretieren zu können, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass der Pointer ein Integer-Pointer ist, also ein Pointer, der eine Adresse einer Integer Variablen speichert. Und eine Integer-Variable hat einen Speicherbedarf von genau 4 Byte. Hinter jeder Adresse steht aber nur ein Speicher von 1 Byte. Wenn man also die in dem Pointer gespeicherte Adresse um 1 erhöht, dann springt der Pointer sozusagen im Speicher um die Länge einer Integer-Variablen weiter. Das erklärt jetzt auch, warum man für einen Pointer einen Datentyp, auf den dieser Pointer zeigt, festlegen muss, weil damit nämlich implizit auch angegeben wird, wie sich der Pointer bei der Anwendung dieser Operatoren plus, minus und so weiter verhalten soll. Um das nochmal zu verdeutlichen, ändern wir jetzt den Datentyp der Variablen und der Pointer auf Character. Zur Erinnerung, Character hat einen Speicherbedarf von 1 Byte und die Ausgabe zeigt jetzt, dass durch die Inkrementierung des Character-Pointers die Adressen jeweils nur um 1 Byte erhöht werden. Der Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass alternativ zu dem Plus-Plus-Operator die Inkrementierung natürlich auch so durchgeführt werden könnte oder so. Ich entere den Datentyp jetzt hier wieder auf Integer und wenn man im Speicher nicht nur um die Länge einer, sondern gleich um die Länge von zwei Integer-Variablen weiterspringen will, könnte man das so schreiben. Diese Operationen auf Speicheradressen sind vor allem bei der Anwendung auf Arrays sinnvoll, weil nämlich die Variablen in einem Array immer in einem zusammenhängenden Speicherbereich angelegt werden. Um das zu zeigen, legen wir zunächst einmal ein Integer-Array an. Der Pointer zeigt hier nun auf das erste Element in dem Array. Anstelle jetzt auf die einzelnen Elemente des Arrays mit den eckigen Klammern zuzugreifen, will ich jetzt demonstrieren, wie man das mit der Pointer-Arithmetik machen kann. Hier gebe ich also für alle Elemente in dem Array den Wert und die Adresse aus und dazu wird in der Schleife der Wert des Pointers jeweils um den Wert der Schleifenvariablen erhöht. So, hier kommt die Ausgabe und darin sieht man, dass über den Pointer die korrekten Werte ausgegeben werden. Und wichtiger ist noch, dass man hier sieht, dass die einzelnen Elemente des Arrays im Speicher direkt untereinander angelegt werden, was auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man mit dem Pointer überhaupt durch ein Array navigieren kann. Auf eine ganz wichtige Sache will ich jetzt noch hinweisen, was die Startadresse eines Arrays betrifft. Hier haben wir diese Startadresse angegeben, indem wir den Adress-Operator auf das erste Element des Arrays, also das mit dem Index 0 angewendet haben und dass es auch so richtig alternativ dazu war, kann man auch einfach den Namen des Arrays angeben. Diese Notation wird typischerweise bei der Übergabe von Arrays an Funktionen verwendet, was ich auch schon in dem Video zu Arrays erklärt habe. Und das will ich jetzt hier auch nochmal demonstrieren, indem ich die Ausgabe des Arrays in eine neue Funktion auslagere. Und hier kommt wieder die Ausgabe des Programms, die sich jetzt aber von der letzten Ausgabe gar nicht unterscheidet, davon abgesehen, dass die Adressen jetzt natürlich wieder anders sind. Die Funktion des Programms hat sich aber auch nicht verändert. Wie zu Beginn des Videos angekündigt, habe ich hier einen Ausschnitt der Grundlagen zu Pointern geliefert. Ich hoffe, das hier so lebendig wie möglich gemacht zu haben, aber dennoch ist das Thema Pointer ohne irgendeinen Anwendungsbezug schon eine ziemlich staubtrockene Sache. Also um das Ganze greifbarer zu machen, werde ich im kommenden Video einige der hier vorgestellten Anweisungen und Befehle und auch noch ein paar neue Sachen an einem Fallbeispiel anwenden, wo es um Maschinendaten geht, die als Zeitreihen in einem Datenlogger gespeichert werden. Und die Anwendung, die ich dann programmieren werde, soll aus dem Datenset einen Bereich auswählen, in dem dann die Daten ausgewertet und analysiert werden. Und dazu werde ich eben Pointer verwenden, Pointer Arithmetik und Arrays über Pointer an andere Funktionen übergeben.